Musik Ich glaube, die Geschichten hat man sich selbst gemacht als Kind. Dann gab es die Religion und wenn dann der Pfarrer sagt, die Toten sind im Himmel, habe ich sie oben gesehen. Wenn ich die Wolken anschaute, habe ich die Gesichter gesehen. Und insofern hat man sich die Geschichten selbst gemacht, weil ein Ersatz für die Bücher, die man nicht hatte. Und ich glaube, Kinder haben sehr viel Fantasie. Musik Es ist groß. Es ist großartig. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020